Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf Italien. In Italien. Weiß nicht wo das hier ist. Toskana? Keine Ahnung. Ja hier in Spaghetti Land. Also wir müssen dreschen. Wir haben jede Menge noch zu dreschen. Geht kein Weg dran vorbei. Also ich hatte einen Plan. Wie ich zu meiner Fläche komme. Irgendwie habe ich dann das Spiel gestartet direkt. Und dann war der Plan wieder zunichte. Wir müssen auf jeden Fall hier lang. So war den. Dann müssen wir hier rein. Ja, ja, ja. Ist nicht so einfach hier zu den Flächen zu kommen. Ist hier eine Felder in Ford? Ne, die war da hinten irgendwo. Da unten wo die Zahl steht. Da ist eine Felder in Ford oder ne? Ja, muss ja. So, dann wollen wir mal gucken. Wir werden hier Premium, wenn Tante CP das noch kann. Ja, wir nehmen jetzt hier die Felder in Ford. Aber, sag mal. Ne, Stroh brauchen wir noch. So, dann lasst uns mal gucken, ob CP das hinkriegt. Das wäre nämlich Premium. Dann können wir nämlich in der Zeit was anderes machen. Oh, 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 oh. Ja, hier geht. Hier geht. Vorgewendet. Dreimal. Nö. CPs kurs generieren. Danke. Einstellung. Neuer Ordner. Feld 61 wurde das, oder? Feld 61. Kurs speichern. Aktivieren. Dreschen. 7,2 N. Als Chlor. Kriegen wir hin. Dann würde ich sagen. Wo ist mein Kurser? So. Gib du mal Schub hier, Rackete. Wir machen mal die Wagen leer. Läuft der Laden, oder? Alter, nein, ist der Wurm. Aber wir machen eh ein Bild. Hier sieht nämlich gar nicht so cool aus. Wollen wir machen von der Seite. So. Druck. So, ab vorn. Müssen wir auch noch hinten zum Dreschkasten. Upsi. Zum Dreschkasten wieder hin, ne? Es wird jetzt noch ein bisschen ruckeln und zuppeln. War Update, ne? Und Sveni vergisst immer, dass man dann die Korte abfliegen sollte. Vergiss die Grundsätze. Gib mich zu. Guck mal, der ist so fleißig ein Dreschen, ne? Boah, ich habe ihn nicht ausgeholt. Und er war überhaupt nicht knapp da. Schick Kram. Hier habe ich auch nie Alkohol. Pümpel stehen noch. Jutti Jut. Das war gar nicht so cool, wa? Wer hat den Bichsen denn da hingeschmissen? Ne, da brauchen wir nicht mehr einlagern. Hehehe. Hier steht der auch noch. Den Muckus geht's gut. Lauf den Laden, ne? So ein Aufnahmemarathon ist doch manchmal nicht so schön, oder? Oh. Aber es gibt so Torge, ne? Ja, hast du halt Aufnahmemarathon. So lange rede ich gar keinen Sinn. Ich lagere das jetzt wahrscheinlich ein. Aber dann sag mich mal, wo kriege ich den denn dann wieder raus? Warte mal. Wo geht das denn hinterher wieder raus? Mhm. Kein Plan. Wahrscheinlich können wir das hinterher alle rausschippen, wa? Pass mal auf. So, abkippen will er nämlich auch schon, ne? Premium. Wir fahren mal von der anderen Seite rein. Jetzt auch nicht. Ich muss das alle hin und her schippen und dies und dat. Und dann krieg ich das, finde ich, gleich ein Föhn. Und dann krieg ich das, finde ich, gleich ein Föhn. Wollen wir mich verlappeln? Ruhe! Nein, ne? Nein, du... Müsse ich hier irgendwas aktivieren? Oder wat? Steig mal raus. Oh, haupt so was, der Spinde. Gib den doch doch mal ab. Das läuft hier schon wieder Premium, ne? Ich wette mit dir, wir müssen doch reinfahren. Ich versteh's gerade nicht. Das war ja wohl ein Satz mit X. Premium, ich freu mir. Ne, ja, ich... Kriegen wir hin. Und dann... Ne, eigentlich dann nicht. Ne, so muck wie das nicht. Ne, ne, ne. Dann machen wir das anders. Kommen wir hier wieder zurück. Oh, richtig zurück. Oh, du guck, du guck, du guck, du guck. Kommen wir hier wieder hin. So, hier hin. So, halten wir eben hier an. Ne, das muck wie nicht so. Da haben wir ja gar keine Böcke drauf. Ne, wir haben ja hier. Kaufen. Da können wir nichts. So machen wir das hier nicht. Heider nein. So ein Schick-Kram, ne? Irgendwas ist immer. Da denkst du, du hast es vernünftig. Schwuppdiwupp. Zack. Läuft wieder nicht. Schick-Kram. Dreschkasten ist auch gleich voll. Wir haben keine Zeit. Schippchen? Du, rückwärtsgangerinnen gekloppt. Das ist nicht mit uns hier, du. Ja, so gehen die Kohlen weg, ne. Weil immer irgendwas ist, was du nicht einplanst. So Abflug hier. Aber nicht mit uns. Und ja, bügeln wir jetzt anders aus. Immer. Rum hier. Kommen wir hier zurück. So, irgendwie in New Holland gehöpft. Das wäre ja gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Ah, das ist jetzt wieder hin und her gehopst. Aber nicht sehen aus, wenn sie mal sagen. Aber irgendwie muss man ja der Lager hier werden, ne. Und nochmal U. Und I. Hä, das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. 7.000 Liter Weizenprämie. Nicht mit uns hier, du. Der läuft nicht. Gibt's nicht. Dann machen wir schick hier vorne irgendwie fertig. Ja. Ich sitze im Nachhinein. Und 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 wir müssen nochmal da dran fahren. Was war das denn? Die letzte Woche. Und nochmal gehen. Handbremse raus. Langsam vorziehen. Das ist nicht so schön, ne. Wenn ich sieh's. Dann müssen wir noch vorfahren. So passt, ne. Hau mal Handbremse rein. Machen wir U. Hau mal Handbremse raus, Svenny. Hau mal Handbremse raus. Wir müssen zum Dreschkasten. Schick Kram. Mann, du. Irgendwas ist immer. Da denkst du, da hast du es richtig. Flöte piepen, ne. Musst du wiederum disponieren. Ist nicht normal. Noch ein, ne. Der kann nicht eben stehen bleiben. Wir haben damit Druck. Zu fett. Perfektor. Da können wir direkt Gerät wechseln. Handbremse raus. Schubrakete. Bisschen ausruhen hier. Dann kommen wir auch rum. Hier ist der Weg lang. Kannst du hier so lang. Vorhinein so langsam. Musst du ein bisschen wegen der Verbäumigung aufpassen. Aber das geht alle, ne. Guck, guck. Deswegen haben wir ja zwei Achse. Wenn wir dann mal nicht Premium gelöst haben, oder? Lauf den Laden. Das ist ja ja nicht so, als könnten wir hier nichts, ne. Schubkader haben. Gib mal Schubrakete. Augen zu und durch. Ne, nach hinten gucken. Ist nie gut. Dann passieren die meisten Unfälle. Immer ordern, Gäste mit New Orleans. Ich hoffe, wir müssen nicht geradeaus, ne. Wir haben nur so wenig Gänge. Ach, der läuft nur futsch. Ne, du. Hingeht nicht. Guck mal da oben, wo um die Viender sind. Die machen da immer voll die Gaudi. Und Blödsinn. Ich hoffe, wir sind richtig gefahren. Schikanen Dreschkasten steht. Kostet alle Geld. Hieb Schub. Und dann kommt Dreschkasten. Tanken wir noch zusammen ab. Und dann ist auch die Folge, glaube ich, zu Ende. Ich weiß nicht, ob der weiterfährt. Ist egal, fahren wir noch einmal rum. Gucken, was der Bock hier so druck hat. Willi go. Hast du gesehen? Die Wogen, die laufen gut in der Erde. Er zackt die. Und dann, ähm... Sag mal, wie stehst du denn da? Willst du mir... Der hat da auch wieder schlechten Stoff geraubt, oder? Mal an hier. So, liebe Leute. Ich sag aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Ne? Und wenn's euch gefallen hat... hier auf dem Chaos-Kanal... und die wollten nichts mehr verpassen... Ähm... Dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!